hallo und jetzt willkommen zu let's play my game games mit tiag ich hab zwei steinschwerter wo wo bist du bist du da da ich bin hinter dir also kann weil sie mich jetzt nicht in perfekter qualität hört wie viel level hast du 1 ich hatte auch zwei du bist 1 gekommen da war eine kiste nimm das und das danke ok frieden ist vorbei ja wir spielen rise of the orient auf rennschnitzel da war eine kiste vorsicht in tempel hoch hinter mir ist einer was ich komme ich komme nein ich bin gleich tot der kam einfach an von hinten wie feigling egal ich nehme das mal weiter auf für mich läuft richtig geil gut ich esse es war was oder ist noch eine wir hatten jetzt schicken die sachen was der hat mir schöne sachen ok eh mann wenn jetzt mal nicht so ruf basti er ist tot tiag hallo alter donnert das hier läuft auf jeden fall grad richtig gut schon equippt da müssen wir dann gucken noch mal ein bisschen rum hier nach kisten wieso nimmt man sich epic player lp die art nicht so stumm hier tag boah stress das da ist noch einer ich sehe einen ich sehe einen ok den probieren wir jetzt gleich mal zu töten läuten hallo hallo der lässt nicht mehr überleben mein freund uuuuuhh nein jetzt wird zurückgebracht scheiße screeper della mato So, Screeper-XD. So, jetzt hier. Hop, hop, hop. Oh, was ein Pro-Move. Oh, da hat er ein entschattendes Schwert. Ist das das? Sharpness. Das nehme ich natürlich gerne an. Ähm. Oh, Eisenschwur. Kein Feuerzeug? Oh Mist. Ah, das ist das Zeug sein Verliegen. Alter, läuft die Runde gut. Läuft wie geschmiert. Tiag? Ja? Wo warst du gerade? Auf K. Ja. Ja, okay. Ich habe richtig krankes Equipel, ey. So krass. So, ich kicke jetzt noch kurz an. Läuft mir denn hier. Läuft mir ein bisschen hin und her. Oh, Pils. Ja, okay. Spawn ist komplett leer. Leer geht, Ludiv. Ich sehe noch, ich sehe noch. Okay, den hätte ich jetzt. Gut. Niemand gesehen, die Sachen. Ich habe eiskalt drei goldene Äpfel. Ich bin, das wäre jetzt so die Killerrunde. Ich habe schon komplette Eisenrüstung. Oh, wäre ich nicht gestorben am Anfang, ne? Aber nein, da muss hier so ein Pussytyp von hinten kommen. Alter, ich habe so kranke Sachen. Junge. Das ist so krass. Junge. Beste Runde. Da wollte sie aber einer. Ja, Mann, ich habe ein Schandtes, Steinschwert und komplette Eisenrüstung. Drei goldene Äpfel und Bogen mit Pfeil. Oh. Hätte sie alle so kaputt geschnetzelt, ne? Mit dir und erst recht. Wäre easy win geworden. Ja. Ganz ehrlich, der hatte schon eine volle Rüstung, hatte der schon. Ja, ich weiß, ich habe den noch getötet. Ich glaube, aber der hatte keine Hose oder so. Irgendwie so was. Ja, ich habe ihn nicht ganz genau gesehen. Oh, ich glaube, wir dauern im Kreis, ey. Da ist die Käste. Ach, du schnittst auf gerade? Ja. Nimmst du auf? Nee. Ähm, loopy loop. Los. Lass mal noch Sachen drin. Ey, ich sehe den Namen. Okay. Lass ein Goldöffel reinziehen. Für die zwei Absorzionssätze, damit wir ihn sicher kriegen. Null. Der merkt uns nicht. Ah, komm her, Alter. Nicht zurückbaden, nur noch. Ah, fuck. So, Absorzionssätzen habe ich gut genutzt. Okay, go, 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 go. Ah. Der rennt mir zu schnell, der Typ. Was? Loll! Was hat denn der gegessen? Eine goldene Karotte? Kann gut sein. Geil. Ich muss ihn verfolgen. Noch kommen wir nicht ran. Scheiße. Mann, wieso werde ich immer noch einen Schlag zurückgepackt? Passiert ist bei mir auch dauernd. Boah, ich laufe ständig im Kreis, Alter. Ich kann für Touristics City überhaupt nicht. Ich kann auch nicht aussprechen. Futuristic City. Genau. Oh, dieser Typ, den muss ich jetzt töten. Egal, ich gebe nicht auf. Ich verfolge den. Bis an mein Lebensende. Nein. Bis an sein Lebensende. Sagen wir so. Jetzt stirb endlich, Alter. Jetzt kommst du nicht mehr hoch, ne? Ja. Ja, er ist tot. Oh, was? Ganz ehrlich, das finde ich eine Kisse. Was ist da drin? Ich habe schon einen Eisenboots und Eisenhose. Was ist da drin? Eine Goldhose und Goldboots. Oh, zehn Milliarden, Jahren, Alter. Findet man eine Kiste. Nein. Ich könnte auch noch was entscheiden. Oh, das ist schon eine geile Verfolgungsjagd, Alter. Die Runde ist so Bombe. Muss jetzt noch ein... Oder einer muss noch getötet werden. Hm, kommt Deathmatch. Slapdown, färbda. Was seid ihr denn? Kann man die Tränke da rausnehmen? Glasbottel. Oh. Waterbottel. Wo sind denn die? Wahrscheinlich sind sie so richtig schlecht equipped und ich hau die easy weg. Ich bin so OP, Alter. Das glaubst du gar nicht. Oh. Wieso verstecken die sich denn jetzt alle? Kann ich einfach zum Spawn kommen? Doch, an dieser Stelle hier war ich noch nie. War ich noch nie. Ach Gott. So, warmer, warmer, warmer. Es wird Nacht. Okay. Gleich in die Mitte. Ich bin auf dem Weg zum Spawn. Jawohl, endlich ein Schwert. Läuft. Endlich. Iiii, schreibt er einfach nur. Iha. So. Muss ich zum Charting-Tab zurück. Oh Gott. Gottchen, Gottchen. Oh nee, SG-3. Ey, das nimmt er auf. Zweiteam. Oh, der ist auch OP wie sonst was. Scheiße, Sityak. Auch ein zweier OP-Team. Oh, und zwar, wenn du die schnitzelst, Alter, dann bist du... Ich kann eigentlich nicht runtergehen, weil Mutti macht unten Käse-Fondue. Und ich hasse Käse. Nein! Lauf lieber, lauf lieber. Ich lauf, ja, ich bin im Wasser. Scheiße, die boosten sich. Fuck, 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 fuck. Mommel, du darfst nicht verkackeln. Oh, da hat eine Kapelle mit uns. Scheiße, jetzt bin ich tot. Ja, ich bin so gut tot. Komm, nicht aufgeben, nicht aufgeben. Mal weiter. Nein, nicht, nicht boosten, nicht boosten, nicht boosten. Ah, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben. Weg, weg, weg. Huuuuh. Nein, nein, nein. Scheiße, drei Herzen, Junge, Junge, Junge. Drei Herzen. Ja, Mann, Limo ist weg hier. Muss ich jetzt in den Chanting-Table finden. Ah, scheiße. Fuck, 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 fuck. Nein, nein, nein. Oh, ich hatte gar zu richtig Glück, ey. Ah, fuck me. Nope. Ja, die Verarsch, sie hat von die ganzen... Nein! Scheiße, kommt, zwei Team. Fuck, 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 fuck. Ja, geil, ich bin tot. Ich lebe noch. Ich lebe immer noch in der Welt. Scheiße, 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 scheiße. Komm, kann ich jetzt nicht erst mal slap down, komm. Geil, YOLO, YOLO, YOLO. Ah, fuck, fuck, fuck. Und muss wieder regenerieren. Schon so viel Zeugs verbraucht, ne? Ah! Ich renne jetzt einfach weg, Alter, bis sie aufhören, mich zu verfolgen. Stopp doch nicht. Ich weiß mal... Ja, die hören auf! Ja! Nein, die kommen wieder. Sneaken. Oh Gott! Verstecken spielen. Verstecken spielen. Ich hab mich nicht gesehen. Shit! Nein! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Hab ich gesehen, hab ich gesehen, hab ich gesehen! Nein! Beide hab ich gesehen! Oh Junge, hättest du es gerade gesehen, ne? Okay, was ist jetzt die beste Möglichkeit, die ich machen kann? Erstmal überlegen. Danke für den Boost. Ich gehe dann mal. Ich glaube, ich bin bei euch nicht so erwünscht, weil ihr mich die ganze Zeit festet. Hoppa, hoppa, hoppa. Mann, Alter, das nervt. Nein, nein! Ich habe mein Schwert weggeworfen. Nein, 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 weg! Ich muss sie jetzt wieder verstecken. Ich muss sie verstecken. Nein. Wo ist das Ding? Abtauchen, abtauchen. Abtauchen. Abtauchen! Ich bin jetzt in so einer geheimen Unterwasserbasis. Guck, wo der Name sind. Namen. Wo ist der Name? Wenn ich jetzt hier reinkomme, bin ich gefickt. Egal. Ich schnieg erst langsam hier hoch. Ich sehe noch keinen Namen. Ach so, hier ist ein Hebel. Jetzt muss ich was essen, Alter. Alter. Das ist vielleicht eine Runde. Junge. Das geht ab hier. Hier wird es ganz langsam da hoch. Ich spiele jetzt nochmal Rise of the Orient. Das spiele ich immer noch. Sollte ich jetzt hier dann nach oben gehen? Ja, ja, ich ziehe die sowieso. Shit, Alter. Okay, Mann. Ich sehe keinen Namen. Wo ist die gekommen? Ist da am Sporn jemand? Alter, diese Runde ist eh pek. Die lade ich so oder so hoch. Und vorsichtig schleichen. Jawollo. Rise of the Orient hat... Rise of the Orient. Das wird schon wieder Tag. Das ist jetzt schon der zweite Tag der Ansicht. Alter. Ja, wann ist denn Showdown? In 200 Sekunden. Oh, da sind sie! Kämpfen die? Da ist auf jeden Fall einer längs. Spielen die nur rum wie Kinder oder kämpfen die wirklich? Na, ich mische mich mal ein bisschen ein. Und wenn ich genau sehe, gerade eben. Ja, jetzt ist es gleich Showdown. Da wurde einer getötet. Lillipop von Mavi. Das sind diese Huren-Söhne mit... Ah, fuck. Das ist jetzt tot, ey. Nein, 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 ich lebe noch, ich lebe noch. Gleich ist Slapdown, Fapdown. Schmeiß halt 20.000 Ender-Perlen. Hier komme ich jetzt ja wieder mit meiner OP-Taktik. Nein, ich werde gefistet. Nein. Nein, ich werde zurückgepackt. Nein, 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 nein. Die auch. Uuuuh. Andere Richtung. Gleich ist Fapdown. Nein. Meine Stimme-Takt. Egal. Oh, fuck. Sie sollen also nicht gerade keine Eier haben. Egal. Oh, mit, du hast keine Eier. Ah, fuck me. Runter. 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 Nein, nein. Junge, wie du abgehst. Ja, Mann. Oh, sind ich stehengeblieben. Oh, halb im Glück. Was? Oh. Bitte kein Team. Da. Nehme auf. Nehme auf. Wäre sonst. Ah. Ah, fuck. Dieser Assi hat sich zu leer geportet. Fug, 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 fug. Scheiße, 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 scheiße. Diese Runde. Oh, jetzt ist Slapdown. Mann, jetzt machen die auch noch Team, diese kleinen. Diese Huren. Die Huren. Leute, das ist einer von den Afg... Nee, doch nicht. Ja, komm, die haben da Eisenschwerter und Steinschwerter entshandet. Nein! Kommt einer von hinten. Was für ein Lauch, Alter. Ja, ich bin tot. Ja, war eine coole Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein. Ciao!